Dieses zu erwerbende gut gepflegte Mehrfamilienhaus liegt in Wuppertal. Das im Jahr 1980 erbaute Objekt verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Immobilie verfügt über einen Garagenparkplatz. Sie hat vier Schlafzimmer, drei Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1874 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 222 Quadratmetern auf. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 430.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.